Sehr geehrte Damen und Herren, liebe treue Hörer, ich plane bezüglich meiner 50. Sendung und meiner einjährigen Sendezeit in der Zeit zwischen Ende Oktober und Mitte November ein Special, welches sich über mehrere Sendungen verteilen wird. Die Thematik zielt in Richtung Nacht- und Erotikleben. Hierzu werden zahlreiche unterschiedliche Projekte vorbereitet. Es wird neue musikalische Umsetzungen geben. Ebenso plane ich mit einer Wutrede, einem weiteren Interview mit C. H. Brunin, einer komödiantisch-literarischen Geschichte, sowie mit einer komödiantisch-wissenschaftlichen Arbeit. Die beiden letztgenannten Projekte werden entsprechend gleichermaßen Hörspiele und aus der wissenschaftlichen Arbeit soll zusätzlich sogar noch ein Trinkspiel werden. Es ist also allerhand in Planung und Arbeit. Ich wünsche weiterhin viel Spaß! Ich wünsche Ihnen viel Spaß! Ich wünsche Ihnen viel Spaß!